Mit dem Grundverständnis über Meshes und Kurven kannst du in Blender fast alles weitere lernen. Genauso wie in der heutigen Folge Zeichnen in Blender mit dem Crease Pencil. Wie genau funktioniert er, wie arbeitet er, wie können wir ihn in Kurven umwandeln und welche Erweiterungen helfen uns, das Ganze noch leichter zu bedienen. Ich erkläre dir alles, was du darüber wissen musst, in der heutigen Folge von Blender 4.3 in 10 Minuten erklärt. Ich bin natürlich Most Wanted und du kannst gerne dem Video ein Like geben, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und immer gerne Fragen, Feedback und Meinungen zur Folge in die Kommentare schreiben. Und jetzt geht's los. Beginnen wir auch in dieser Folge damit zuerst die Erweiterungen zu installieren. Und zwar oben über Edit, dann Präferenzen und dann im Reiter Get Extensions finden wir in diesem kleinen Fenster hier unsere bisher installierten Erweiterungen, die können wir mal zuklappen. Und jetzt haben wir hier unten unsere Available, unsere verfügbaren Erweiterungen. Wir suchen nach dem Wort Grease. G-R-E-A-S-E. Und da finden wir hier nur noch sechs Add-ons, die übrig bleiben. Und wir installieren erstmal hier oben die ersten beiden. GP-Tween. Dann haben wir als nächstes GP-Tool-Wheel. Dann kommt hier drunter Grease Pencil-Tools, die nehmen wir ebenfalls mit. Und zu guter Letzt haben wir hier Grease Pencil to Curves. Und das ist unser viertes. Zuerst entfernen wir mal den Würfel hier. Einfach anklicken, X, löschen und schon ist der weg. Als nächstes wollen wir selbst ein leeres Grease Pencil Objekt einfügen. Shift-A oder das Add-Menü hier oben. Grease Pencil. Und dann nochmal Empty auswählen. Damit wir wirklich eine leere Fläche ohne Inhalt hier bekommen. Du siehst in der Szenen-Hierarchie oben rechts der Grease Pencil ist als Objekt da. Da haben wir seine Objekt-Daten. Und darunter sind noch weitere Daten in Form von Layern. In Blender finden wir ja am oberen Bildschirmrand hier die verschiedenen Tabs mit den einzelnen Arbeitsbereichen. Aber wo genau fällt der Grease Pencil drunter? Jetzt müssen wir hier oben mit dem Plus einen Bereich hinzufügen. Und zwar im Bereich 2D Animation gibt es hier 2D Full Canvas. Nicht erschrecken, wenn wir hier draufklicken, dann wird unsere gesamte Zeichenfläche nämlich weiß werden. Und wir kriegen hier unten einige neue Icons an der Unterseite. Und auch die Werkzeugleiste wird anders als vorher werden. Plus hier oben am oberen Bereich haben wir ebenfalls neue Einträge kennenzulernen. Hier können wir einfach mal die Mausfaste links gedrückt halten und einfach drauflos zeichnen. Eine Kurve, ein Viereck, was auch immer du möchtest. Und hier ist auch die erste Lektion. Denn wir malen perspektivisch zu dem Blickwinkel, wie wir gerade sind. Unsere Leinwand geht gerade hier in diese Richtung in Plus X und in diese Richtung hier in Plus Y. Und wenn wir mal hier rausgehen, naja, mit dem Mausrad gedrückt und die Maus bewegen, sehen wir genau das hier ist unser gewählter Blickwinkel und unsere Leinwand für den Crease Pencil. Das liegt nämlich daran, dass hier oben View eingestellt ist. Das ist unsere aktuelle Leinwandausrichtung. Wenn wir mal hier in Layout zurückgehen, wir wollen aber vermutlich mal genau von Minus Y nach Plus Y schauen. Das geht im 2D Full Canvas, indem wir hier oben von View umstellen auf Front. Das heißt, XZ ist unsere Leinwand und zwar von egal, wo wir drauf schauen. Wenn wir jetzt von hier aus blicken und wir würden jetzt mal von hier aus ein Viereck so in der Form malen, ungefähr, dann ist dieses Viereck jetzt zwar für uns hier lang gezogen, in der Perspektive aber ist es genau darauf ausgerichtet. Denn XZ wurde als Leinwand genutzt, Y gab es gerade nicht. Wir können es auch ändern auf YZ. Dann haben wir eben die Achse nach hinten und nach oben. Machen wir es mal eben hier, nach oben, hier hin und wieder runter. Und zu guter Letzt haben wir noch hier oben stehen XY eben das Bodenplane quasi einmal hier hin. Und auch hier haben wir dann ein Viereck auf dem Boden. Und so können wir die drei Achsen, die wir über die Ausrichtung in Nummernblock 1, 3 und 7 kennengelernt haben, schon in der Serie, können wir hier nutzen zum Zeichnen. Es ist also grundlegend immer wichtig, dich beim Zeichnen korrekt auszurichten und zu wissen, in welcher Perspektive malst du gerade. Ich empfehle dir einfach für das grundlegende Arbeiten hier, nehme minus Y, um die Ansicht von vorne zu haben, stell auch hier oben dann eben das XZ-Plane ein und du kannst problemlos hier in dieser Leinwand malen. Weitere Tools zum Zeichnen finden wir übrigens unten links, denn hier gibt es einmal die Kategorie All für den Modus Zeichnen, Löschen und auch für Utilities eben. Und beim Zeichnen hier unten, was dem gleichen Eintrag hier links in der Werkzeugleiste mit T ein- und ausblendbar überstimmt, da haben wir nämlich den Brush zum Zeichnen und wir können hier unten zum Beispiel mal auch den dicken Marker auswählen. Wenn wir den Marker nutzen, seht ihr hier, das Ganze ist leicht transparent, aber deutlich dicker in dem Falle, irgendetwas vielleicht hier schattieren wollen, etwas ausarbeiten möchten, geht ganz gut in jedem Falle damit. Wenn du Sachen löschen möchtest, dann geht das auf zwei Arten. Wie gewohnt mit STRG Z Dinge rückgängig machen oder du kannst hier links in der Werkzeugleiste auf Erase eben das Löschen umstellen, hast hier oben einmal einen Radius zum Konfigurieren, zum Beispiel eben Größe von 60 Pixeln, Stärke von 1 und dann hast du hier unten bei den Assets den Bereich Erase, wo du bestimmen kannst, wie du löschen möchtest. Das links ist zuerst mal Eraser Hard, dann haben wir einmal den Punktbasierten, wir haben einen Soften und einfach einen Strichlöcher. Wenn wir mal hier auf Punkte gehen, dann können wir hier jeden einzelnen gezeichneten Punkt individuell gemütlich löschen und das so kürzen, während der Strokelöcher eben den kompletten Strich auf einmal löscht. Gehen wir doch mal auf das Zeichnen von Formen und Linien. Hier unten haben wir den Eintragbox und dieser Punkt hier markiert. Wenn wir die linke Maustaste gedrückt halten, finden wir hier weitere Einträge wie eben Box, Circle, Linie, Polyline, Arc und Curve. Und die Linie ist glaube ich das einfachste hierbei, gedrückt halten, ziehen, loslassen, wir haben eine Linie. Und sobald ihr uns gefällt, einfach mit Enter bestätigen. Dagegen haben wir hier die Polyline, die uns erlaubt, einmal klicken, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal und sobald wir hier alle Linien haben, die wir brauchen, einfach mit Enter bestätigen. Und wir haben auch nach oben drauf den Arc, den Bogen, einfach gedrückt halten und ziehen und dann diesen türkisen Hilfspunkt hier nehmen und passend ausrichten, um einen Bogen zu erhalten. Übrigens, Arc ist in dem Fall auch die Basis für eine Kurve, denn wenn wir eine Kurve ziehen hier unten, kriegen wir zwei Hilfspunkte, genau wie bei einer Bézier-Kurve. Wir können hier nach oben ziehen, das hier nach unten ziehen und das haben wir dann in dem Falle so als quasi S-Kurve. Und auch hier mit Enter bestätigen. Auch diese Formen können wir löschen wie vorher, einfach auf Erase gehen, den Strichlöcher auswählen und diesen, diesen, diesen hier und diese einfach nacheinander wieder ausradieren. Das Zeichnen in Blender ist übrigens auch für Grafiktabletts optimiert, denn wir haben ja hier oben einmal den Radius stehen, den erhöhen wir mal auf 0,20 und wir haben die Stärke von 0,6, die gehen wir mal auf 1 stellen. Neben beiden davon finden wir ein Icon mit einem Stift und einem doppelten Kreis, das ist eben die Druckstärke für beides. Im Transform Panel mit N können wir hierfür auch Kurven festlegen. Wir haben einmal nämlich hier im Reiter Tool den Abschnitt Brush Settings und hier können wir mal den Radius festlegen und die Stärke. Und dann haben wir hier in dem Graphen von links nach rechts die Druckstärke des Stiftes und in Y von unten nach oben eben 0 bis 100% vom Radius oder 0 bis 100% von der Stärke. Wir können auch hier reinklicken und weitere Punkte anlegen und die verschieben und die genauso auch hier unten rechts genau eintippen oder hier mit X wieder rauslöschen, wenn sie ausgewählt waren. Ich nehme jetzt mal mein Grafiktablet hier, ein XP-Pen Artist 22R Pro und ich male einen Strich. Ihr seht, ich fange zart an, immer weiter drauf drücken, es wird größer und immer mehr sichtbarer, die Transparenz verschwindet quasi und dann haben wir hier eine Linie, die klar macht, es funktioniert auch mit Tablets. Wie können wir eigentlich beim Malen die Farben ändern? Ganz simpel, auch im Transform Panel mit N finden wir hier rechts den Bereich Color. Und hier gibt es zwei Einstellungen, einmal Material und einmal Color Attribute. Material ist das, was grundlegend aktiviert ist, erkennbar hier oben links an der Kugel hier. Denn wir haben das Material Black standardmäßig ausgewählt. Und das bedeutet, alle Striche, die mit dem Material Black gemalt wurden, haben die Stroke Color, die hier unten konfiguriert ist. Und die können wir hier umstellen und dann würden alle Striche, die damit gemalt worden sind, automatisch angepasst und geändert. Aber was ist, wenn wir diese Linie schwarz lassen möchten und jetzt neue Linien in anderen Farben malen möchten? Dafür müssten wir in den Layout-Tab gehen, unseren Crease Pencil einmal auswählen, dann unten rechts auf die rote Kugel Material gehen und wir könnten hier ein neues Material anlegen. Einfach mal hier auf Neu drücken und dann zum Beispiel hier die Farbe, nehmen wir mal Rot einstellen. Und jetzt mit dieser Einstellung gehen wir zurück in 2D Full Canvas, wählen hier oben links dann Material 001 aus, was eben unser rotes ist und ab sofort werden die Striche hier mit dem roten Material gemalt. Es geht aber auch statt mit Materials mit Color Attributes. Dafür müssten wir hier oben links dieses Icon auswählen für Color Attribute oder im Transform Panel mit N hier rechts einfach auf Color Attribute umstellen. Wenn wir das machen, können wir jetzt einfach hier direkt die Farbe auswählen und zeichnen. Grün in Gelb, Blau, Rotton unter anderem dazu, Pink unter anderem oder auch weiteres wie hier Orange und wir können wir direkt mit den Farben malen. Das, was wir gerade hier in der Leinwand sehen, wird nicht so in der Layout an sich dargestellt, denn hier ist gerade alles auf Rot in der Farbe vom ausgewählten Material. Das liegt nämlich daran, dass das Solid Shading hier oben nur einzelne Farben von Materials nutzt, bei Grease Pencil vor allem. Wenn wir aber jetzt alle Farben hier unten korrekt sehen wollen, müssen wir hier oben rechts von diesen vier Kugeln auf die Material Preview eben die dritte von den vier Kugeln umschalten. Das wäre diese hier oder auch hier hinten die Render Preview. Schauen wir uns jetzt noch an, wie wir Layer nutzen können zum Zeichnen. Und zwar in 2D Full Canvas gibt es hier oben das Dropdown Layer. Das ist wie in jedem anderen Zeichenprogramm, die kannst du übereinander stacken und die unabhängig voneinander bearbeiten. Unter anderem auch mit dem Blend Mode hier einfach regular nutzen zum Zeichnen, die auf den darunterliegenden Layer addieren, substrahieren, multiplizieren oder teilen oder auch nachbeleuchten. Und hier unten drunter mit der Opacity eben die Sichtbarkeit umstellen. Auf diesem Layer machen wir das Beispiel einer ganz simplen Kurve. Und zwar wollen wir einfach hier eine ein bisschen nach unten, nach oben, nach unten und hoch und runter gehen lassen. Und diese eine längere Kurve hat einen bestimmten Zweck. Denn diese ist erstens auf einem separaten Layer. Das heißt, wir können sie einfach hier oben ein- und ausblenden und wir können sie hier auch sperren. Aber wir wollen ein Feature von Blender noch nutzen. Denn es gibt hier unten bei den Draw Assets auch noch das Tinten, das Einfärben. Wenn wir jetzt hier aus der Palette Gelb auswählen und wir einfach über die Punkte der Kurve fahren, dann können wir diese hier stückweise gelb einfärben. Also können wir so einen Farbverlauf auf einer einzelnen Kurve auslösen. Ich möchte auch mal hier ein bisschen Grün nehmen, so unter anderem. Oder noch ein bisschen Blau dazu. Und so können wir hier diese Kurve vielfältig aussehen lassen, obwohl sie ursprünglich nur mit einer einzelnen Farbe gemalt wurde. Denn interessant ist, einzelne Vertices und eben einzelne Punkte auf einer Kurve können hier genauso die Farben nutzen. Und auch dazu wirst du in einer weiteren Folge noch viel mehr lernen, denn es gibt bei Meshes eine ähnliche Technik. Das Sperren von Layern ist übrigens sehr praktisch, sowohl hier im Draw Mode als aber auch im Object und Edit Mode. Gehen wir mal hier oben hin und sperren den Layer, wo unsere bunte Kurve ist. Wenn wir das machen, dann können wir hier links nicht mehr drauf malen, wir können nichts mehr löschen, wir können nichts hier einfügen, wir können hier keine Sachen hinzufügen. All diese Daten sind gesperrt. Ebenso können wir im Layout-Tab hier, wenn wir unseren Crease Pencil auswählen und mit Tab in den Edit Mode gehen, mit A nur noch die Sachen auswählen, die nicht auf dem Layer 001 liegen. Und dadurch ist gewählt, dass es, dass diese eben hier keine Relevanz mehr haben. Wenn wir das umkehren würden und wir nehmen hier Layer 1 aufgesperrt und den zweiten machen wir auswählbar, dann können wir hier im Layout-Tab im Edit Mode jetzt die Daten von unserer bunten Kurve auswählen, aber die von allen anderen nicht mehr. Übrigens, warum sind eigentlich Crease Pencil Objekte so nah an Kurven dran? Ganz simpel, es sind in Wahrheit Kurven mit ein paar weiteren Eigenschaften. Wenn wir mal hier A drücken und alles auswählen, haben wir ja alle Vertices in unserer Auswahl enthalten. Und auch wenn wir im Transform Panel mit N hier oben rechts im Reiter Item keine einzige Info sehen, dann ist das hier trotzdem typischerweise ein Punkt einer Kurve. Denn wenn wir mal im Edit Mode in der Werkzeugleiste auf der linken Seite mit T hier den Radius auswählen, dann seht ihr diesen gelben Kreis, den ich euch schon letzte Folge gezeigt habe bei Kurven. Und wir können hier einen Radius feststellen für jeden einzelnen Punkt unserer Kurve. Oder wenn wir alles auswählen und beziehungsweise breiter und dünner, können wir das hier punktgenau steuern für die gesamte Linie, für einzelne Punkte und Kanten. Vielleicht hier Übergänge machen, etwas dicker, doch wieder etwas dünner. Genau wie bei der Bearbeitung von Kurven in der letzten Folge. Also es ist sehr praktisch und sehr genau steuerbar. An dieser Stelle möchte ich euch noch ganz kurz ein Feature von Blender vorstellen. Denn es gibt nämlich die Funktion des proportionalen Bearbeitens. Warum ist die so wichtig hierfür? Wenn du hier oben das Ganze aktivierst oder eben das Tastenkürzel O dafür drückst, dann hast du hier oben eine Einflusskurve. Und zwar vom Mittelpunkt zum Radius gedacht. Und wenn du jetzt hier einen beliebigen Punkt wählst, zum Beispiel hier meinetwegen diesen hier, und wir bleiben auf dem Radius-Tool, dann kannst du jetzt hier reinklicken und es ja breiter ziehen. Aber wichtig dabei ist, mit dem Mausrad steuerst du jetzt hier diesen grauen Kreis. Und je größer der Kreis ist, desto mehr benachbarte Punkte innerhalb des Radius werden hier proportional zum Mittelpunkt des Kreises mit beeinflusst. Und dadurch kannst du hier sehr gezielt Linien verstärken, dicker machen oder auch eventuell sogar dünner machen. Und alle anderen Nachbarn gehen direkt mit. So könntest du vielleicht einen Schlangenkörper formen oder ganz andere Kreaturen oder Strukturen. Diese Funktion kannst du bei allem anwenden, auch beim Bewegen, Rotieren und Skalieren. Oben drauf können wir, während wir im Object Mode sind, im Transform Panel, im Eintrag Edit hier unten, den Reiter GP, also Grease Pencil to Curves, aufklappen. Und hier haben wir eben die Möglichkeit, unsere Grease Pencil Objekte in Kurven umzuwandeln. Wenn wir das machen, wird für jeden Layer in unserem Grease Pencil Objekt hier in der Szene eine Kurve eingefügt. Das originale Grease Pencil Objekt wird nur ausgeblendet, ist noch weiter vorhanden. Und jetzt können wir unsere Kurve nehmen, wie beispielsweise hier unten diese hier. Und wir können wie gewohnt hier bei den Data von der Kurve hingehen und sagen, wir nehmen beim Bevel die Rundung hier und machen mal eine Tiefe ein bisschen größer. Wir können auch hier wieder Fill Caps aktivieren. Alles wie letzte Folge gezeigt. Und wenn unsere Kurve so gut ist, dann können wir die auch per Rechtsklick Convert to in ein Mesh weiter umwandeln. Und dann kriegen wir eben aus einem Grease Pencil eine Curve und aus der Curve ein Mesh. Auch wenn die Farbe jetzt verloren sein mag, du hast heute gesehen, wie du in Blender illustrieren kannst, wie du Grease Pencils in Kurven umwandelst und wie du auch Kurven als Meshes weiter verarbeiten kannst. In der nächsten Folge gucken wir uns an, wie wir Materials und Texturen auf Meshes nutzen und was eigentlich Juvie Mapping ist. Und in der Folge darauf gucken wir uns mal das Rendering von Szenen an. Dann wirst du auch lernen, wie du deine Illustrationen, die du vielleicht ab heute erstellen wirst, speichern und wirklich als Bilder rendern kannst. Sei gespannt darauf, lass gerne einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreib wie immer Fragen, Feedback und Meinungen zur Folge in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.